und er hier labe mich an mutter natur er hat ein bisschen probleme und zwar hier hier sein latschen der ist hier kaputt gegangen der ist aufgerissen das heißt wir müssen das mit meinem universalband bearbeiten ein universalband ich habe noch gar kein abi gemacht wir laufen jetzt gerade durch so eine landstraße wo diese ganz vielen nervigen autos und so weiter um fahren und diese komischen abgasen produzieren das funktioniert mit diesem universalband was ich ihnen gegeben hat dass der das hier zusammen gemacht hat das hält das hält gut das sieht das ist cool aus das sieht benutzt aus ist geil das hier das ist ein richtiges vollfett teil also ein teil mit ganz viel fett dran also so ein richtiger grüner kokoren der so richtig groß und fett ist der so frische viel gefressen hat in seinem leben so fett ist so sieht das aus und nicht anders ich bin hier wie so ein wurm wie eine blaue made das ist verdammt geil ich lauf aus